Miau! Und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Heroes Trails from Zero. Ich gehe gerade nochmal in diesem ungemütlichen Bett pennen. Und ja, eigentlich habe ich mir das so gedacht, dass ich offscreen die Fischfilets besorge. Aber es gibt ein Problem. Ich kann die Stadt in diese Richtung nicht verlassen. Das heißt, ich hoffe mal, dass wir jetzt auf der Route zum Mainz-Dingskirchen, dass wir da noch Fischgegner haben. Ansonsten ist die Mission, glaube ich, gescheitert. Und ich hoffe, dass es nicht so ein Rare-Item ist. So, ansonsten sollten wir ja auch... Eins liegt auf dem Weg zu Mainz, glaube ich. Das ist ein Monster-Extermination-Request gewesen. Aber es gab auch noch ein anderes, nämlich Abundant Apartment. Genau, damit sollten wir in den Antikshop gehen. Und wir sollten da zum Officer Quattro gehen. Gut, wir gehen erstmal in die Back-Alley und reden mit der Imelda. Die Back-Alley ist hier, ne? Genau. Imelda. Ey, wir sind hier, um dir zu helfen mit deinem Monster-verseuchten Apartment. Sie klingt gerade irgendwie wie so ein Bösewicht. Eheh, ich sehe, quite a few youngsters have come to help, eh? Let me get a good look at you. Miss Imelda began to analyse each member from head to toe. Wow, ist es nur mir, oder ist sie nicht so großartig? Lloyd, schoos! Aber ich will sagen, sie hat ja schon die Presence. Und es ist obviös, warum, sie ist praktisch eine Crossbellion-Celebrity. Excuse us, Miss Imelda. Ihr Support-Request mentioned that Monsters are running loose in your Apartment-Complex, didn't it? Und... Ain't it in the city? That's dangerous, man. Eheh, well, of course it is. She doesn't seem very concerned, does she? Heh, this lady's got nerves of steel. Nerves of cold steel. So, kids, will you take care of them? Ja, komm. Eheh, wonderful. Shall we talk business, then? Sure, could you give us the details? Well, as I'm sure you know, I own quite a bit of land and property in the city. The Apartment-Complex in question is called Maison Imelda, Maison Imelda, named after yours truly. It's in the downtown district, near that rowdy Ignace, or whatever those fools call it. You own property in downtown? I'm sure it's a mess. Leaving a place like that unchecked, I'd say Monsters are the least of your worries. Yes, well, they're there and I want them gone. Especially considering how they, how wild they've gotten. In Wirklichkeit wollte sie überhaupt nicht, dass wir da, äh, Monster umbringen. Die wollte, dass wir einfach da irgendwelche Einbrecher rausschmeißen, die zu irgendeiner von diesen Banden gehören. If you don't tidy up the place, I doubt the property will last another week. All I ask is that you go in, find where they are and evict-s-s-s-s-curate them. S-simple as that. Wirklich sehr simple dieses Wort. Yes, ma'am. It just sounds like another straightforward extermination for us. The situation could escalate if we leave them be. I'll begin prepping my sensors. I suppose I should give you this, too. Ein Schlüssel? Dankeschön. Thank you, ma'am. Downtown District, then? Quest Abandoned Apartment Monster Clear-Up started. Machen wir doch direkt. Gehen wir direkt da hin. Obwohl, wir gehen erstmal... Nein, wir gehen erstmal noch hier hoch. Zum, äh, Administrative District. Denn hier wollte ja auch noch jemand was von uns, ne? Im CPD. Wo finde ich den? Steht der hier vorne? Wahrscheinlich bist du das, ne? Ne, das ist Donovan. Hey there, guys. Sounds like you have another annoying job on your hands. Be careful not to get dragged into the top brass problems, eh? Thanks. A little too late for that. Oh well. Ja, wir haben uns schon angelegt mit den ganz oben. Mit den ganz oben haben wir uns schon angelegt. Wo muss ich denn hin? Kann ich ja auch mich einfach hier vorne melden? Bei dir. Oh, that's right. Did you hear the news? The CPD is currently conducting an information survey about local monsters. Really? What exactly does that entail? Well, it starts with your Combat Notebooks Monsters Entries. You've been keeping it up to date, right? Once you defeat a monster, officers are supposed to record their information in their notebooks. The survey is simple. After you've recorded enough monster data, come show it to me. That information will be conglomerated and become the foundation of our new security procedures. It's quite the smart idea, isn't it? I can't disagree. I'm glad to see that we're thinking things out before accidents happen. Of course. After all, this is to protect the citizenry. Ah, I nearly forgot. Whenever you supply me with information, I'll give you a small bonus, too. Make sure to stop by when you can, okay? Show Combat Notebook. Here, guck mal, was wir alles haben. Oh, everyone. It looks to me like you've been hard at work filling out your Combat Notebook. I'd like to record your information into our database. Mind if I see it for a minute? With pleasure. Okay. Und mir ist in den Kommentaren noch gesagt worden, wir können einen kleinen Bonus dafür kriegen, wenn wir bei uns, das mache ich nachher, ich versuche daran zu denken, wenn wir die Katze füttern. Ich wollte jetzt eigentlich zu, wenn ich jetzt Talken mache, kann ich dann? Detailer Raymond from the 2nd Division is an interesting man. He always stops by here to converse me before he gets to work. I could tell he was pushing his luck this morning. Inspector Donovan had to come here and drag him to work. I'm not surprised a beauty like Rebecca is popular with a man. Naja, vor allem mit Raymond, der ständig irgendetwas wehen anmacht. Dass man hier nicht lesen kann, finde ich schade. Das ist also der Meeting Room. Okay, was haben wir hier? Hi, bist du der Typ? Nein. Gut, dann müssen wir wohl hier mit dem Stockwerk wechseln. We don't have any business upstairs. And I think we'd all rather not get chewed out by the deputy director, so let's not risk it. Hä? Hä? Ähm, da. Inspector Officer Quattro. Emergency requesting help with inspecting the train bound. Achso, wir sollen das auch in der Crossbell Station machen. Ja, ich bin dumm. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich bin einfach in die falsche Richtung gegangen. Aber wir müssen damit ja sowieso Richtung Downtown gehen. Also liegt das ja sogar auf dem Weg. It does me sorrow for that. Hallo, Crossbell Station. Jetzt hab ich's doch vergessen, ne? Ich wollt ja eigentlich, äh, noch die Katze füttern. This station never fails to amaze me. Has it really already been a month since I stepped off that train? Wow. It has. Anyway, I believe the inspection officer submitted the request, right? Yeah. Let's go ask about him. Ja, ich geh erst wieder raus. Ich mach jetzt erst das mit der Katze, sonst vergesse ich das später. Da bin ich mir sicher. Ich, ich kenn doch, ich kenn doch mein blödes, vergessliches Hirn. Was wollte ich eigentlich hier? Ich, ich wollt doch eigentlich zur Station. Nein. So vergesslich bin ich jetzt auch wieder nicht. Aber ich glaube, ich hätt's tatsächlich vergessen. Hey, hier, ich hab'n Fisch. You know, I might have something here that Cop would like. I'm sure it will be okay, giving this to him. Give food. Rain eater. Nya nya nya. Jetzt ist er weg. Wir werden ihn nie wiedersehen. Ach, da ist er doch. Fungia. Received EP1. Given us a gift, eh? Thanks, Cop. We'll use it well. Gut, wir haben EP1 bekommen. Das können wir. Wem denn? Ordments. Quartz. Ja, ich hab' schon ein bisschen fleißig geöffnet. Guck mal, wenn du jetzt noch EP1 dazu nimmst. Jetzt ist Tio wieder die Hauptheilerin übrigens, ne? Am besten wär's eigentlich, wenn Ellie das wäre. Immerhin hat sie auch ne Heilungscraft. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man zwei hat, die gut heilen können. Nicht wahr? So, dann gehen wir jetzt wieder nach draußen. Auf zur Crossbell Station, wo wir eben schon waren. Aber ich bin verplant und deswegen müssen wir jetzt alles doppelt und dreifach absuchen. Ey, weißt du was darüber? Thank you very much for your continued patronage. The station gets crowded after the trains arrive, so please try to be careful. Talk. Oh, excuse me. Ich muss mir eigentlich auch die Crossbell Time mal holen, ne? Vielleicht steht da ja was über mich drin. Upstairs and to the left. Du bist das, huh? They're late. Excuse me, but are you the inspection officer? We're here regarding your support request. So you the special support section, then? About time. My name's Quatro. I was transferred here from the Imperial Army to work as the station's inspection officer. If you don't mind, I'd like to cut to the chase. Will you accept my request? Yeah, okay. You can count on us, Quatro. Der kommt also aus Erebonia. Das ist gar keiner von unserem Department. Could you talk us through the specifics? Very well. But then again... Is something wrong? Not really. Just not used to cooperating with rookies like you guys. I suppose it's better than if no one showed up at all. Dude, what the hell? We're going out of our way and this is how he treats us? You say something, Rat. You are better off ignoring anything he says. Just to clarify, you submitted a request asking for assistance and an inspection. That's correct. A train bound for Erebonia will be arriving any second now. And I want your help in inspecting the interior of said train. And that would entail... We'll be looking for any passengers or luggage considered too dangerous for Erebonian territory, right? Precisely. I don't normally have to do this... I don't normally have to do this on my own, but I woke up to a torrent of sick leaves this morning. That's why I had to issue a request for outside help. That makes sense. Conducting an inspection like this alone would take way too long. Glad you understand. That makes things easier. You would only go to the hospital if you'd be arriving at Pryption T. You used to be in trouble if you wanted to go to the plane and you're here to the question. Ach, immer diese Durchsagen, die man nicht versteht. Da kommt der Zug. Diese Züge immer mit dieser Galleonsfigur vorne drauf. Showtime. Once we're on the platform, I'll explain the specifics of the job. Sorry about the short notice. Now follow me. Okay. Warum stand er vor dieser Tür, wenn wir jetzt da unten hingehen? Warum wartet er dann hier oben und nicht da unten? Okay, then anyone else expect today to turn out like this? Because I didn't. I can't stand this dude's high and mighty attitude, but... He's in a bind. Let's give him a hand. It's settled then. Shall we head down to Platform 2? Good, das machen wir. Hallo, Platform Nummer 2. Durch ein Glas-Tunnel, sehr schick. Dann sagen wir mal, was die hier jetzt tun sollen. Allow me to briefly explain the specifics of the task at hand. Please do. We're all ears. I will be assigning each of you a car to inspect. You will speak to every passenger, inspect their luggage, and verify the validity of their entry application. Any passengers found carrying an invalid entry application or dangerous goods are to be apprehended immediately. Okay, got it. I'm cool with conducting an inspection, but what do we do when passengers ain't in their seats during the check? I don't know, but I feel like a bunch of amateurs like ourselves might not be able to cover everybody. Right. Please exercise caution in that regard. Passengers will be notified that they are to remain in their seats for the duration of the inspection. The occasional trickster may try to cause a ruckus in the hopes that we overlook small details during the inspection. So don't get caught off guard. You are certainly strict. Alright. I think I've got the idea now. Although I'm a little bothered that each person has to inspect their own car. Randy and I will definitely be fine on our own, but what about Ellie and Tio? Really? This is the moment you decide to start worrying about us? I'm also an officer, so I'm familiar with the basics of martial arts. Likewise. I will not allow anybody throwing a fit to overpower me. Way to patronize them, Lloyd. They ain't a bunch of weaklings. Hopefully this is a lesson learned. Ja, sei nicht so'n sexist. Yeah, I guess that was uncalled for. With that said, are you all ready to commence the inspection? Yes. Yes, understood. Ahem, good. You are ready. Very well. Without further ado, let's begin the inspection. I'll inspect the first car, so please divide the remaining cars among yourself. In that case, I'll take the second car. Ellie, Tio and Randy take the following three cars in that exact order. Roger. Okay, wir müssen also aufmerksam sein. Alright, I've got a train to inspect. Schön aufmerksam sein. Und ich denke mal, ich werde auch nochmal speichern, bevor ich hier irgendwas falsch mache. Wenn man was falsch machen kann. There sure are a lot of travelers here. Can't say I'm surprised. I need to make sure to be polite while questioning each person. Ja, ich speichern nochmal, nicht dass ich das verkacke und irgendwem auf den Schlips drehte. Hallo. Pardon me, I'm an assistant inspector. I apologize for the inconvenience, but would you mind me checking your luggage and entry papers? Inspector, not every day you see one in such a casual getup. Anyway, what's the issue? You find it strange that a woman is traveling alone. Is that it? What? No, that's not... For your information, I wanted nothing more than to go with my boyfriend. But since he dumped me out of the blue, I had no choice but to come alone. But that won't stop me. I'm going to find myself a rich noble boyfriend somewhere in the Empire. Aha. I didn't mean to trigger this story. Well, nothing I can do about it. I'll just listen to her while I finish up the inspection. You get it, don't you? Wasn't that, like, so rude of him? Yeah, a real jerk. By the way, your luggage and papers are all good and follow your regulations. Thank you for your cooperation. You okay? No, it's fine. It's just... It was refreshing, spilling my heart out to you. I can't remember the last time someone listened to my problems. Ich glaub, er hat dir überhaupt nicht zugehört. Say, if you want to... Why don't we run away to Erebonia to get... Sorry, I have a job to do. It was nice meeting you. Toll. Der sieht... Der sieht dubios aus. Pardon me, I'm assistant inspector. I apologize for the inconvenience, but... Would you mind me checking your luggage and entry papers? Ah, yes, of course. One moment. Mit... Ah, yes, of course, mind I mit... Of course I would mind. He he. Um, are you okay? Oh, it's nothing. It's just the deep green foliage of the Nox forest is incredibly charming. Knowing that, I couldn't help but feel a bit giddy before departing. Uh, sounds like you have a nice hobby there. Oops. I excellently wasted your time, didn't I? An inspection, was it? Oh, yes, that's right. If you'll excuse me then... Er hat also ein Modell von dem Wald dabei, irgendwie. All right, your luggage and papers look good to go. Thank you for your cooperation. No, no, thank you for your dedication. Now back to my eager anticipation. Was ist mit euch beiden hier? Excuse me, I am one of the assistance inspectors. I apologize for the inconvenience, but... Would you mind me checking your luggage and entry papers? Ah, not inspect, then. I suppose it's fine. What? No way! I have all my panties in my luggage, you know? Hmm, good point. Sorry about you hurt the lady. No, hold on. You can't just refuse. It doesn't work like that. It's regulation, so please work with me. I show the utmost consideration when inspecting your delicates. So he says... Yeah, you better, mister. This is harder than it looks. Hat er jetzt mit Delicates wirklich nur ihre panties gemeint oder andere Sachen? All your luggage and carry-ons look good and follow our regulations. Thank you for your cooperation. You're welcome. Hm, now scram. Und was ist mit euch? Ihr seid doch eine nette Familie, oder? Excuse me, I am an assistance inspector. I apologize for the inconvenience, but would you mind me checking your luggage and entry papers? An inspector, are you? Hm, very well. Hey, why haven't we left yet? Waiting is boring. Sweet ideas. Will this child ever learn patience? Pardon, my son. Ah, it's no big deal. Sorry, it will be a little while longer. Can you be a good kid for just a bit longer while we finish up our job? I guess. With that saddle, I should try to wrap this up quickly. So, ich hoffe doch mal, dass du da was... Your luggage and papers are all up to date and follow regulations. Thanks for your cooperation. Good to hear. Mister, can you pinky promise me you'll hurry and let the train leave? Hey, you can't just... What am I going to do with you? Alles in Ordnung. Wir haben noch den einen Typen, der mir ein bisschen suspekt aussieht, aber... Oh, an inspector, you say. How am I supposed to buy that proof? I demand to see proof! Uh, uh, I don't... Really? Wait, it should work. Take a look at this. Lloyd showed the passenger his detective notebook. Hast du nicht auch ne detective Marke oder so? I'm from the Crossbow Police Department, Special Support Section. We're assisting with inspections today. Police? Guess that checks out. Though doing this kind of misleading... Well, whatever. Just get over with. Thanks. Was ist denn so theatralisch? Done. Your luggage and papers look like they're all valid and up to date. Thank you for your cooperation. Hm. Skip the pleasantries. Just hurry this inspection up. I am kind of in a rush. Yeah, not too much longer. Hab ich nicht alle schon? That should be the last of the passengers. I didn't notice anything suspicious, so I should regroup with the others and report to Mr. Quattro. Nochmal gerade gucken. It was kind of nerve-wracking doing this inspections for the first time. I didn't overlook anyone, did I? Ich möchte wirklich nochmal nachgucken, weil irgendwer ist doch jetzt... Es hat sich doch bestimmt irgendjemand neu hiermit zugesetzt. Aber das sind eigentlich die Leute, die hier vorher auch waren, ne? Oh, I can't wait to see the beautiful scenery between the right. The deep green foliage of the Nox forest is especially charming. Can't the train leave already? Hat sich hier niemand irgendwie unter der Bank versteckt oder so? Ich wette das Gefühl nicht los, dass ich irgendwas übersehe. Möchte ich hier aber niemanden übersehen. Hier ist doch bestimmt... Komm, wir reden mit allen nochmal. How impatient can she get? Shouldn't we be taking it easy instead of stressing ourselves out? Hey, why hasn't the train left yet? Can you not hurry it up? Mom, mom, can I go explore the rest of the train cars? No, you can't. Now sit still until the inspections end. Listen to your mother, son. You don't want to annoy the inspector. What? But that guy sitting over there came from the car in front of ours. So why can I go too? The front train car? Could that be the one Mr. Quadro is inspecting? He might be... He might have just had some business with a conductor. No, wait a second. Maybe he changed cars after the inspections begun. Is damit der Typ hier gemeint? I need to take a minute to cool my head. Until I learn to keep my composure, my trade career will drown in blunders. Dann ist er hier gemeint, huh? Ah, I can hardly wait. I can feel the scenery calling for me. Shouldn't we have left by now? Excuse me, sir. Do you have a minute? Oh, what's wrong? I thought the inspection already ended. It had, but there's something bothering me. With your permission, may I redo the inspection? Sure, I don't mind. Forget to check something. Here's my luggage and entry papers. Oh no, I won't be the one conducting the inspection. I'm planning on asking the official inspector Mr. Quadro to do it. Quadro? Why? Aren't you more than capable of doing a silly little inspection? So, you do know him? Uh, no. You see, Mr. Quadro laid down some ground rules before we began the inspections. One that stood out to me was, you may not move to another car during inspections. Of course I know that. Are you implying I broke that rule? Yes, I am. Hate to break it to you, but I have a witness. That rowdy boy sitting right over there saw you entering from the car up front. What? That's preposterous. This has got to be some kind of mistake, right? I'm sure we could confirm the boy's statement if we asked the train conductor. The question still stands. Why would you transfer cars? Um. If things went according to plan, you would have been inspected by Mr. Quadro. But in spite of the rules, you snuck away into this, onto this train car. The logical, the only logical conclusion is that you didn't want Mr. Quadro to see you. Am I wrong? Der hat Hausverbot. Der hat Hausverbot hier in diesem Zug, weil er schon öffnet dabei erwischt wurde, wie er sich auf die Umgebung, die ihm ja so gefällt, einen runtergeholt hat. Und deswegen wurde er des Zuges verwiesen, weil das einfach ekelhaft ist. Ja, und deswegen weiß dieser Mr. Quadro eigentlich ganz genau, dass der hier Hausverbot hat. Ah, ah! Please, I'm begging you, overlook this. I just wanted to have fun. Little trip, yeah, that's all it is. Look, you said my papers are good to go, didn't you? If that's the case. Then it should be fine if Mr. Quadro double checks them, right? What? No, please. I don't know all the details, but as long as I'm working as an assistant inspector, I can't ignore any suspicious behavior. I need you to come with me. Fine. So, was hat denn Mr. Quadro dazu zu sagen? This man has falsified his immigration papers. Aha, der hat gefälschte Papiere. Das ist ja fast so schlimm wie das, was ich gesagt habe. Falsified? How so? Has he fabricated his entire work history? Correct, he's a former swindler from Calvert. This guy likes to bounce around. I've had a run-in with him before, when he tried to conceal his criminal record on this same application. This marks the second time I've caught him. Man, this moron will never learn. A former swindler, eh? Wonder what's bringing him to good old Crossbow. Now that his prison sentence in Calvert is up, it looks like he's trying to lead an honest life. The scale of his fraudulent behavior was fairly small, so he apparently wasn't given a heavy sentence. It's unfortunate, though. A criminal record will follow someone for the rest of their lives. If your immigration papers show you have a criminal record, your ability to travel is heavily restricted. I can't imagine he likes it. If only I hadn't gone and committed fraud. I'm sure he regrets his crimes, but he chose this life by breaking the law. Committing crimes will burden you for the rest of your life, and the world would be a better place, if more people understood that. So, what's going to happen to this man? I've detained him in my office for the time being. I give him a stern warning, and then ship him back off to Calvert. It's nothing out of the ordinary for me. Yeah, I guess there's no other choice. At any rate, we've successfully completed our inspection without incident. We're a bit behind schedule, so we shouldn't delay this train any longer. I believe I owe the special support section a proper thank you, don't I? I'll be sure to give you a ring next time I need help. That's okay. You've taught us a lot during this request. Feel free to give us a call if you ever need our help again. I think I'll take you up on that offer. Okay. Sehr schön. Können wir mit ihm nochmal was machen? Vielleicht hätte er das nicht gesagt, wenn wir den Typen jetzt nicht entlarvt hätten. Puh, that was a lot harder than I was anticipating. You can say that again? Although, Tio is probably the most exhausted among us. Why do you say that? People thought she was some kind of station mascot and kept smothering her. Station mascot? Are you all right, Tio? Don't tell me you're so traumatized that you can no longer speak. No, not quite. I'm experiencing some mental fatigue. I should recover in a bit. Can we leave, please? Yeah, sure. I hope you aren't straining yourself too hard, Tio. Ja, ja. Ein süßes Maskottchen ist sie. Damit waren wir jetzt auch hier. Jetzt können wir weitergehen. Downtown, wo wir... E-mailed us... We have to leave through the North Exit to get to Mainz. This has... Let's head to what Residential Street? Nein. War hier nicht? Nee, Moment. Wo war Downtown denn nochmal? Downtown war südlich von der West Street, ne? Oder so. Habe ich nicht ne Map, mit der ich einfach schnell reisen kann? Downtown District, so. Gut. Lotus Heights. Das müsste ja hier sein, ne? Maison Imelda. Maison Imelda, currently unmanaged. This looks like the apartment Miss Imelda was talking about. It certainly looks unmanaged, and it's covered in dust too. Shall we enter the premises? Yeah, hold on a sec. I unlocked the door. Nope. Okay, it's unlocked. Stay on guard, everyone. There may be monsters roaming around. Wieso May? Warum könnten da Monster drin sind? Da sind garantiert Monster drin. Immerhin ist das ne Monster Extermination Request. Alright, let's kick some ass and take some names. Jetzt kommt so ne kleine Grusel... Passage. Alright, we made it. Who knows what lies ahead, so be careful. Dude, get a load of all this dust piling up, this huge dump. Ich hab schon was gehört. I would imagine there is no shortage of monsters either. Indeed, I sensely have been running amok in here. To be fair, we wouldn't have received a request if this apartment was monster-free. Stay sharp, everyone. Müssen wir hier auch Sachen durchsuchen? Oder reicht es, wenn wir in Räume reingehen? Dann fange ich mal hier an. Obtain Time Sepert, Space Sepert, Mirage Sepert mal 40. Let's play Hide and Seek. You hide something valuable in me and then go seek therapy for Kleptomania. Nein. Hey. Ach guck mal, man kann das sogar machen. Hä? Das sind einfach komplett andere Monster als die... Da ist nur eins von denen bei, das auf der Map angezeigt wurde. Der Rest sind alles andere Monster. Das sind die Dinger, die ich schon in Trails in the Sky so eklig fand. Nice. So, jetzt die beiden. Vielleicht kriegen wir die ja wirklich komplett down. Ohne, dass die irgendwas machen können. Wenn du jetzt nochmal triffst, dann war's das. Yo, Overkill. Nice. Sehr schön. Und hier habe ich eben auch noch eins gesehen. Ja, so... Den kennen wir doch. Die kennen wir schon als Blitz-Version. Ist das jetzt die Dunkelheits-Version oder was? Dart-Gnor. Tacke. Die können dann aber wenigstens nicht so... Die können dann wenigstens nicht so eine, äh, 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 eine Paralyse-Attacke machen. Aber die können wahrscheinlich... Die hier können wieder... Genau, solche Angriffe, die... Die... Ihnen selbst Leben zurückgeben. Guck mal, du kannst alle treffen. Mach das mal. Immer den größtmöglichen Schaden verursachen. Und du kannst das Ding jetzt kaputt hauen. Die machen wieder ihr Ding da und weg mit dir. Und du kannst den da hinten jetzt abknallen. Das war's. Das sind irgendwie pretty easy-Gegner. Das sind ja fast schon geschenkte Siege. Im Moment noch. Vielleicht haben die nur noch nicht sowas gemacht wie Super-Recovery. Und sich dann so komplett, äh, vollgeheilt. Und dabei mega viel Schaden gemacht. Gehen wir erstmal hier rein. Hier ist über... Ach, kommen wir von hier aus da? Kommen wir gar nicht dran. So. Dann gehen wir mal hier rein. Da ist noch eine Kiste. Noch mehr Seppets. The chest joins your party. It will wait here. Sehr schön. So. Die waren alle auf einen Schlag besiegt, weil ich wieder so ein Rush-Ding hatte. Es ging schnell. So. Von hier... ... geht's da, wo wir eben schon mal waren. Nochmal das gleiche Spiel. Und wir haben... Long Barrel. Das rüsten wir doch mal direkt... ...Eli aus. Imelda appears to have left her voice recorder in the chest. Toll. Danke, E-Melda. Danke dafür. Das fand ich richtig gut. Did we manage to clear them all out? Yeah, I think so. I'm pretty sure we've covered all of the rooms. We can double-check them as we make our way out. Sure. Yes, let's. Okay, double-check them. Hey, don't... Gehen wir nochmal hier rein, weil wir... ... auch wenn wir gerade hier zuletzt drin waren. Hier ist nix mehr. Vielleicht ist ja irgendwo noch ein Geheimgang oder so, den wir finden müssen. Ist hier noch was? No, ja. Dann können wir hier nochmal reingucken. Hier ist auch nix mehr. Irgendwo hier ist doch bestimmt noch irgendein Bossgegner oder sowas. Hey, ihr Punks! The hell do you think you're doing running around like you owe the damn place? Huh? Ach, wo alt ist es? Care to explain what a bunch of cops are doing so close to Ignis Turf? Oh, pfff, it's just you. I guess this apartment's building is pretty close to your base, isn't it? What's his deal? Look at you, guys. You friggin' filthy. Oh, I failed to take notice. It's unavoidable when we have to fight monsters in a dusty den. Monsters, sir? They like to make nests out of the abandoned buildings around here. Nothing new to me. Infestations like this are common. Yeah, I can see why a pest like you loves hanging around here. Ich hab noch was gehört. Shut up. You've been screwing around in here for a while now, but you haven't finished up yet. Wait, what are you talking about? We've gone over all the rooms already. It's just a cure to me. There is a strong chance that monsters have bred inside of here. Truth be told, I've known about their nests this entire time. It is a little deeper inside the apartment. There's still more? You friggin' that out just now? This is why you're a bunch of trash to your cops. Why don't you drag your asses back to the city and patrol something a little safer? Wait, where are you going? Hold on a minute. Who said you could go in there all by yourself? Have I lost it? Ich wollte doch nur hier oben auch noch mal in eine Räume gucken. Ich wollte noch nicht rausgehen. Guess he's going to pummel the rest of them. Well, considering his ego, I presume he believes that he'll be able to neutralize the rest of the monsters with ease. Wahrscheinlich tut er das auch. You think he'll be fine on his own? Hmm, Walt may be freakishly strong, but it's too dangerous to handle by himself. Hey, Ellie, Tio, sorry, but can I leave you two to watch the entrance? He's a bit on the louder side, so he might startle the monsters. I figure they might try to escape by running through here. Understood. We'll stay on guard. Do you two plan to go inside to save Walt from his own ego? Yeah, something like that. Hopefully he isn't crying for mommy yet. Should probably get a move on, Lloyd. Don't want to be late to the show. Right. Good. Wo genau war das jetzt, wo er hingegangen ist? Hier war einer? Hier hinten? Okay, da konnte ich noch nicht hin. A wooden crate? Looks like this thing was blocking off the rooms leading deeper inside. Well, it's not in the way anymore, so let's get going. Aha. Wir müssen ja eh alles hier. Kann's sein, dass wir hier, ich hab dich gesehen, dass wir hier dann auch, äh, Walt spielen dürfen? Found Sprinters. I wonder how the Grand Chardonnay I used to have ended up. Ist das ne Anspielung of Trains in the Sky? Wahrscheinlich hat Olivier den getrunken. Ähm, die Sprinters. Die bekommt mal Lloyd. Kann Lloyd auch immer noch, hab ich ihm immer noch Healing Arts? Ja, gut. Gut. Hier hinten ist noch ein Raum. Ah, wenn das so weitergeht, steigen die beiden jetzt noch ne Stufe auf und die anderen beiden leveln dann nicht mit, oder wie ist das? Ach, hier oben ist es. Ja, aber ich möchte erst mal noch hier gucken mal, da haben wir noch ne Kiste. Die ich mir aber gleich angucke. Denn hier in die Richtung geht's ja auch noch weiter. Ich hab dich gesehen, du brauchst jetzt nicht so ankommen. So, das war's hier. Lloyd, du kannst nochmal gerade dich selbst teilen und du heilst nochmal Randy, so. Und dann können wir auch schon nach da oben gehen. und diese Kiste hier uns vornehmen. Einmal gerade vorher speichern. Und los. Monsters appeared. War ja klar. Ach, das sind nur die. Die springen jetzt erstmal ein bisschen rum und so. Du kannst mal gerade hier deinen Power Smash drauf machen. Attack Delay. Jetzt gehst du auf den. Der hat mit so wenig Leben noch einfach überlebt. Ja. Mach den da erstmal kaputt. So, deine CP sind jetzt auch schon wieder voll. Jetzt greifst du den auch nochmal an. Dann ist der auch weg. Leute, vergiftet die immer so schön. Aber der muss weg. Damit er nicht nochmal angreifen kann. Und jetzt kannst du auch nochmal den angreifen. Das ist ja eine Easy-Kiste gewesen. Und ich hab nicht mal meine CP dafür verschwendet. Und wahrscheinlich steigen sie jetzt auch beide noch eine Stufe auf. Aber das wäre jetzt noch der Gipfel gewesen. Fiber Code. You check the chest and find this textbox. It's a very good textbox. I assure you. Very well written. Sehr schön. So, was war das? Fiber Code, ne? Mach die Dev höher. Aber die Arts-Defense kleiner. Äh... Artment. Artment. Heil dich gerade nochmal voll. Heil ihn nochmal voll. Ich speicher nochmal. Und los geht's. Walt. Ach, guck mal. Ein Riesen-Moskito. Oh Gott, das ist eine Beschützer-Mission mit Walt. Und Courage. Machen wir bei allen erstmal die, 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 äh, Stärke hoch. Solange die jetzt nicht alle auf Walt direkt gehen, ist doch alles gut. Okay, die machen nicht viel Schaden auf Walt. Und Walt kann die ganz gut mit einem Schlag erlegen. Also ich kümmere mich nur um den Großen. Power Smash auf den Großen. Weil der ist, so. Komm, ich mach mal den Tiger Charge auf den. Wie viel Schaden macht das? Musst du vielleicht auch einfach Walt besiegen? Die gehen alle auf, äh, Walt jetzt. Machen wir den mal weg. Walt besiegt auch davon wieder einen, ne? Ja. Komm, die Kleinen erstmal weg. Die machen eh keinen großartigen Schaden. Auf, äh... Auf Walt. Und ich mach keinen großartigen Schaden auf das Riesending. Die fliegen auch so unkoordiniert durch die Gegend gerade. Als ob sie überhaupt nicht wissen, wen sie so angreifen wollen. Okay, Call Allies kann der einfach machen. Walt, das schaffst du. Halt durch. Kannst du hier Salamander drauf machen? Kann der brennen? Ist das möglich? Ich glaube, vielleicht nicht. Du heizt dich gerade mal... ...selber. Ich könnte Walt heilen, womit eigentlich dann schon das gesamte Problem behoben wäre. Also die machen ja auch auf uns wenig Schaden. So, du gehst jetzt hier hin und machst den Axel Rush. Ah, toll. Dann auf ihn. Nur noch der da. So, jetzt ist er ganz alleine, der Fette. Jetzt kann Walt auch mal auf den draufhauen. So. An sich kein spannender Kampf irgendwie. Gleich noch mal an. Oh nein, Walt hat einen Schaden gekriegt. Mach den Power Smash doch noch mal auf ihn. Tag Delay. Du machst jetzt noch mal Encourage. Damit machst du Walt nämlich auch stärker. Jetzt haust du da mit drauf. Sehr schön, der ist weg. Jetzt hat der gleich Rush, aber das ist egal. Immerhin ist er alleine. Das ist nervig. Ja, heil mal gerade. Ja, du machst wenigstens Schaden. Lloyd muss geheilt werden. So. Art. Komm, du heilst gleich mal Randy auch noch. Granny auch hier drauf. Leute hat da drauf. Ach, warum, Walt? Ich hab nämlich keine EP mehr mit Lloyd. Guck mal, Randy ist zweimal hintereinander dran. Und kann gleich zweimal hintereinander draufhauen. Hör doch mal mit diesem scheiß Giftzeug immer auf. Das nervt. So, das Ding ist weg. Randy. Salamander. Komm, kann das Ding nicht einfach brennen? Es resistet. Gut. Letztes Mal stand da glaube ich nicht, dass es resistet hat. Antidote. Hm. Art. Du kannst sogar noch mal Teer machen. Ja, dann heil doch gerade noch mal. Nicht Walt. Walt ist der, der es am wenigsten nötig hat. Heil dich selbst. Art. Du kannst noch mal Teer auf Randy machen. Du machst jetzt erstmal nur Heilung. Gott. Critical und mit Stärkeboost. Power Smash. Power Smash. Delay dem mal seine Attacke. Du bist dann nicht noch mal vorher dran. Dann mach noch mal Power Smash. Hauptsache, der kommt nicht mehr dran. Das war's gleich auch. Komm, Walt. Ach so, Walt brauchen wir gar nicht mehr. Reicht schon so. Puh. Phew, that was actually kinda hard. Yeah, it really shows how much we rely on Teer and Ellie to support us, doesn't it? Ja. But more importantly, are you okay, Walt? Hm. What the hell? Did I ask you dumbasses to interrupt my fight? You think I'm some kinda weakling, huh? We were only trying to help you, so why are you trying to pick a fight? Im Prinzip hatte er mehr Chancen alleine als ihr beiden. Well, not like I was expecting this Jerkwart to say thanks, kind officer, anyway. Ich glaub, der war gar nicht mal in so einer schlimmen Lage gerade. One moment, please. I no longer detect the presence of any monsters. Ja, wir haben alles geschafft. Oh, good. What a relief. Oh, yeah. Das seem a lot more quiet, doesn't it? Probably cause we took out the head honcho of this place. Ha. How pathetic. So this is how it all ends, huh? What do you mean, Walt? Your punks managed to ruin my fun. Gonna head back to the base and have a date with a little bottle of booze. And you punks better not think you can run around downtown district doing whatever you damn please. This is our turf. So if you've done your job, then get the hell out of here. Bald. Unfreundlich wie immer. He needs to find a better coping mechanism to hide his embarrassment. Man, this dude's never going to change, you see. It's not really our problem, to be honest. But anyway, I think we've managed to clear out the monsters, so let's head back to Miss Imelda and give her the good news. Yes, let's. Gut. Da sind wir auch schon. Ohoho. That's that then. Ehehehehe. The special support section has proven more interesting than I thought. You were clumsy, but you did what had to be done, and for that job well done. Thanks, I guess. Hold the phone. For that many monsters to have nested there, you must have been neglecting that place for years. Indeed, you may want to develop some management skills in order to maintain security from now on, ma'am. But on the bright side, you are free to start renting out rooms. If people began to move in, I doubt you'd have to call Pest Control again. I suppose you're right. I was just thinking about how much longer I should wait to open Miss Imelda's doors. How much longer? What do you mean? You see, dear, downtown rent is dirt cheap. So I was merely biding my time, waiting for the land value to go up a bit more. Ehehehehe. When it comes to real estate matters, you should trust in my judgment. I'm Imelda, one of the greatest real estate mines in all of Crossbell, after all. That run-down apartment complex is the cheapest piece of property I own, but I have many other places I profit from thanks to rising land values. You sound like a genuine real estate tycoon, ma'am. Wait, is this place just her side business? Ja, ich hab aber... Wir haben doch auch vorher schon gehört, dass sich der Downtown District weiterentwickeln wird und so. Madame Imelda is a famous name in Crossbellian high society. I've heard she's incredibly wealthy. Damn, really? I could tell she wasn't your ordinary granny. If property is left unchecked, monsters will occasionally make it their home. That calls for eviction, in my opinion. Oh, and I'll leave the Maison Imelda key with you for a while. Ehehehehe. If you ever have any free time, do an old lady a favor and give it a clean. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich in jedem Kapitel einmal dahin und das ausmisten. Persuasive as always. Can we get back to work? Talking to her has given me a headache. Yes, I would love to. Damit haben wir das gemacht. Schön. Da können wir dann nochmal irgendwann anders rein. So, dann gehen wir nochmal zurück zum Gebäude der Special Support Section. Wo ich gerade erstmal ganz gekonnt dran vorbeigelaufen bin. Hier gehen wir rein und reporten mal das, was wir schon gemacht haben. Report to HQ. So. Zack. Ich bin promoted worden. Information Quads. So. Wollen wir das Information Quads nicht direkt mal ausrüsten? Ich meine... Wer könnte denn... Wer könnte denn... Wie will Arts List? So. Damit wären das immer noch genau die gleichen. Recru... So. Du hast Soul Blur. Mit dem dazu wären das... Move. Du kannst hier noch Information dazu nehmen. Du bekommst natürlich auch nichts, oder? Nein. Tio! Du hast schon komplett deine... Deine Dinger voll. Na gut. Dann geben wir das erstmal Lloyd. Ne? Und... Ja. Gut. Dann würde ich sagen... Wir sehen uns beim nächsten Mal... Wieder. Wenn wir dann nach Mainz gehen. Bis dann, Leute. Ciao. Bis dann, Leute.